Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil. Wir sind in den letzten drei Folgen, würde ich sagen, gut vorangekommen. Jetzt ist wieder ein bisschen Hirnschmalz gefragt, das heißt, das wird eine dieser schrecklich langatmigen Folgen, in denen ich nicht so richtig vorankomme. Deswegen lasst uns die Zeit nutzen und einmal kurz nochmal checken, was wir im Inventar haben. Nein, da gibt es ja ein paar Dinge, die ich nicht so richtig einzusetzen weiß. Zum einen diese mysteriösen Bücher, die schauen wir uns nochmal an, das Holzpassepartout schauen wir uns an. So, für den Schmuckkasten brauchen wir eine kugelförmige Öffnung. Ich meine, sie war kugelförmig, ich nehme das mal ganz kurz ins Inventar, ich will mir die Sachen gerade nochmal angucken. Also, Eagle of South, Wolf of North. Okay, das ist klar. Öffnen. Also, das letzte Mal, als ich das Buch untersucht habe, wurde da aber nichts geöffnet. Es war eine Medaille im Buch versteckt, alles klar. Adlermedaille. Ja, dann gucken wir uns jetzt natürlich auch nochmal das andere Buch an, bevor wir hier was anderes machen. Das ist ja verrückt. Haben wir uns nicht... Wir haben uns das Buch doch schon mal angeguckt. Das ist doch... Die flunkern hier doch. Wurde reingepatcht nachträglich. Ne, nicht verwenden. Prüfen. Der Titel ist der gleiche, ne? Ja, ist ja das gleiche Buch, sind ja nur unter... Sag mal, das... Das habe ich doch ausprobiert. Ist da ein Eselsohr? Finde ich nicht okay. Leute, macht keine Eselsohne an eure Bücher. Nein, natürlich, macht weiter. Wolfsmedaille. Gefunden am letzten Buch. Okay, wir haben eine Wolfs... Und eine Adlermedaille. Das ist ja schon mal... Können wir die miteinander kombinieren? Ich wüsste nicht, was da rauskommen sollte, aber... Ne, das geht natürlich nicht. Okay, das ist ja schon mal interessant genug. Prüfen. Es gibt eine runde Aushöhlung von etwa 4 cm Durchmesser. Ja, genau das vorne. Da muss irgendeine Murmel rein. Mit den Seiten, da können wir nichts... Also die haben wir uns auch schon mal angeguckt, aber... Die Bücher haben wir uns auch schon mal angeguckt. Und dann dachte ich, komm. Jetzt gucken wir uns hier auch noch mal die Piste an. So das Umbrella-Logo, ist klar. Und das ist auch nichts. Aber irgendwas muss es doch mit... Also das sind ja offensichtlich Wappen. Und das sieht ein bisschen aus wie das Adlerwappen, muss ich feststellen. Also irgendwas muss ja mit diesen Elementen hier auf den Seiten sein. Das ist ja nicht einfach so Verzierung. Aber okay, damit können wir nichts machen. Äh, nee, hoppla. Das wollte ich nicht. So, und dieses Passepartout. Was war denn hiermit nochmal? Ja, das können wir aufmachen und... Ein Stück Papier klebt an der Innenseite. Es ist unbeschrieben. Okay, das... Das hilft uns auf keinen Fall weiter. Dann legen wir das direkt mal wieder weg. Die Schmuck... Der Schmuckkasten kommt auch weg. So, jetzt ist die Frage. Nehme ich die Speicherbänder mit? Nehme ich die mit? Ja, an sich. Ja, doch, ich nehme sie mit. So, dann haben wir 10 Schuss. Das sollt ihr erreichen. Und wir haben 2 Medaillen jetzt. Lass uns mal gucken. Wo könnte man die denn einsetzen? Boah, hatten wir irgendwo... Da ist noch ein roter Flur. Da müssen noch Sachen eingesammelt werden. Oben haben wir alles. Da lassen sich... Genau, da lassen sich die Türen nicht öffnen. Also der eine Raum mit der großen roten Tür. Da sind wir auf die Schlange getroffen. Die haben wir auseinandergenommen. Und die kleinere rote Tür, die ist von der anderen Seite verschlossen. Da können wir also wenig machen. Wolf und Adler. Also auf der 2. Etage... Da gab es ja einen Raum, wo wir... Irgendwas mit einem... Da war doch so eine Adlerstatue. Aber da haben wir uns ja eigentlich alles geholt, ne? Das ist ja erledigt. Ach, wisst ihr was? Wir gehen mal zurück in... In den Eingangsbereich. Und... Unten an der Tür, also hinter der Treppe, kann man ja so eine Ecke runter. Da sind aber, glaube ich, achteckige oder sechseckige Aussparungen für... Für den ganzen Klimbim. Da werden die Medaillen nicht reinpassen. Das heißt, wir müssen gucken... Hm. Ja, das müssen wir gucken, ne? Fragen über Fragen. So, hier waren die ganzen Echsenmenschen letztes Mal. Hier haben wir aber alle... Beseitigt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den... In die Bereiche, in denen wir noch nicht alles gelootet haben. Vielleicht liegt da ja noch was rum, was uns irgendwie... ...ein Anhaltspunkt gibt. Das war letzte Folge, wo wir dieses... Rätsel hatten mit den zerquetschenden Wänden. Ne? Ich meine, das war die letzte Folge. Wo? Ah, da unten im Keller gibt es natürlich auch noch. Das war ja mit dem Verbindungsgang. Ja, 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 ja. Müssen wir auch noch mal rein. Ich glaube, da liegen aber nur Kräuter. Ich glaube, die hatten wir da schon gesehen. So, okay. Genug geschnackt. Müssen hier links durch. Weil die Türen sind auch alle auf. Wir haben den Helmschlüssel als... War der Helmschlüssel das letzte? Helmschlüssel, Schildschlüssel. Noch ein anderer Schlüssel, Schlüssel. Das müssten wir eigentlich alles haben. So, wir gucken jetzt hier einfach noch mal... ...ganz akribisch nach. Ja, hier hinten ist sogar das Rätsel. Ey, das sieht so aus, als könnte man da rein. Das ist offensichtlich ein Trugschluss. Hier waren auch nur Kräuter, ne? Das war irgendwie die Rückseite von einer Leinwand oder sowas. Oh Gott, was? Meine Güte. Joachim! Ich weiß nicht, warum ich ihn Joachim genannt habe. Es schien mir... Es schien mir sinnig in der... Meine Güte in der Situation. So, wieso ist der jetzt hier reingekommen? So, wir sollen jetzt einfach mal das grüne Kraut... Das grüne Kraut ein. Auf den Schreck. Das blaue Kraut. So, die wachsen hier. Brauchen wir jetzt nicht. Wenn das Spiel das sagt. Tatsächlich. Okay. So, Leute. Und es gibt noch einen Eintrag. Den wir gelesen haben, wo es um diese vermalledeitige Melde geht. Es muss ja irgendwas hier... Irgendwas muss ja hier sein. Sonst wäre der Typ hier ja nicht... Auf einmal durch die Tür gebrochen. Spart uns natürlich einen Loading Screen. Das ist ganz nett. Ey, wie kommen wir in diesen Rauben rein? Moment mal. Da ist ja noch ein Zwischenraum. Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Warte mal. Irgendwas... Aber was müssen wir hier machen? Irgendwas geht da auf jeden Fall. Da ist nix. Hier ist dieses komische... Organzeug. Schublade ist leer. Haben wir alles schon gelootet. Es muss doch auch einen Grund haben, warum da ein Spiegel ist. Sollen wir einfach draufschießen auf das Gemälde? Das halte ich eigentlich für... Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Können wir hier irgendwie... Wir versuchen das einfach mal. Vielleicht sind das ja ihre Augen. Keine Ahnung. Das ist Resident Evil hier. Wird schon irgendwie alles einen Sinn ergeben. Das allerdings nicht. Schade. Okay. Wie kommen wir da rein in diesen Zwischenraum? Da ist ja auch irgend so ein kleiner... Beigefarbener Klotz in diesem länglichen Raum. Vielleicht von der anderen Seite? Also... Wartet mal. Wir gehen nochmal raus. Und wir gehen mal in diesen kleinen Abstellraum. Der da nebenan ist. Vielleicht finden wir da ja etwas. Ist ja alles ruhig. Da steht auch jedes Mal wieder diese Kommode vor, ne? Ein altes Foto in einem Rahmen. Sehr interessant. So, hinter dem Bild... Da ist ja auch auf jeden Fall noch was, ne? Da standen wir schon oft genug vor. Da ist offensichtlich noch irgendein Raum. Hier? Ne, verschiedene Kunstmaterialien. Aber warte mal. Ne. Ich dachte ganz kurz, dass der Boden da irgendwie so aussieht. Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil der Teppich da nicht ganz bis zur Wand geht. Ja, wahrscheinlich... Wie kommen wir denn da weiter? Und dann haben wir natürlich auch noch das Büro der Spencers. Da müssen wir auch noch rein. Es gibt ja... Wisst ihr was? Das versuchen wir jetzt einfach. Wir gehen mal zu den Spencers. Vielleicht können wir da... Sobald die Kamera uns lässt... Oh, jetzt habe ich die Kommode darüber geschoben. Schauen wir mal bei den Spencers einfach mal. Vielleicht können wir mit den Medaillen da rein. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl, jetzt durch den Gang zu gehen. Da waren wir nämlich schon lange nicht mehr. Würde mich nicht wundern, wenn hier nochmal eine Echse getriggert wird. Na gut. Dann aber in dem Bereich. In dem Bereich hatten wir auch einmal so viele Zombies. Ich dachte ganz kurz eine Cutscene. Okay, das ist gut. Warte, 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 was höre ich da? Oh, das klingt ja schrecklich. Das klingt... Oh Gott, das klingt wie die Alte aus The Grudge. Und das ist mein absolutes Krypto... Was? Nein. Oh Gott, was? Aber! Joachim, schieß! Alter, hör mir auf! Gleich zwei auf einmal. Wie viel Munition haben wir noch? Vier Schuss, alles klar. Boah, das Kampfgewehr ist aber wirklich... ...jeden einzelnen Cent, den wir dafür nicht ausgegeben haben, wert. Das wird ein 100%-Run, Leute. Wir müssen jeden Gegner töten. Ach nee, natürlich, hier war ja auch noch einer. Ach komm, Junge. Drei Schuss, wirklich? Wir nannten ihn... ...Drei Schuss-Steffen. So, die Tür ist verschlossen. Das Wappen der Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Ja, das ist... Erstaunlich unhilfreich. Außer, dass wir eine Menge Munition ausgegeben haben, passiert hier gar nichts. Brauchen sie jetzt nicht. Tolle Karte. Hm. Hm. Schreibmaschine-Inventarbox ist natürlich... ...grundsätzlich nicht verkehrt, aber es... ...bringt ja eigentlich nichts. Wir gehen jetzt einfach... ...so, wir gehen jetzt einfach da runter. Zum... ...zum Safe-Room. Also, wir gehen am Safe-Room dran vorbei. Und gehen nochmal in den Raum. Mit den ganzen... Oh Gott, hier habe ich mich einmal ganz schlimm erschrocken vor so einer Echse. Und gehen jetzt einfach mal nach oben zu dem... Ist hier der Raum? Vom... Vom Jäger oder vom... Weiß nicht, wie nennt man den? Die Leute, die Tiere ausstopfen. Er fällt es nicht ein. Mit wieder einem Face-Paw-Moment, wenn es einem einfällt. So, hier sind wir komplett falsch. Wir müssen genau auf die andere Seite. Oder wir müssen... Oh, ich habe völlig die Orientierung verloren hier oben. Also, schrecklich. Ne, das ist der Raum, wo wir die... ...dieses Insekten-Rätsel hatten, ne? Mit den Schmetterlingen. Ah, da sind doch noch die Killer... Ne, 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 ne. Die Killer-Bienen sind da auch noch unterwegs. Da wollen wir mal nichts mehr zu tun haben. Oh. Dann müssen wir einmal den Flur noch weiter runter. Und ansonsten gehen mir die... ...tatsächlich die Ideen aus, muss ich sagen. Kann doch so schwierig nicht sein. Wo haben wir denn was mit Medaillen? Also, vielleicht gucke ich ja auch einfach zu begrenzt. Nur in der Villa. Und wir müssten... Ein leerer Kombi. Und wir müssten uns wieder... ...in andere Bereiche bewegen. So, wir haben ja noch die Areale draußen. Ach, hier ist das... Hier war das Wand-Rätsel. Was haben wir denn hier nochmal bekommen? Ja, wir können ja eigentlich... Dann kommen wir ja nach unten. Was ist, wenn da jetzt... ...wenn da jetzt Echsen sind? Ja, no risk, no fun, ne? Genau. Da war der Typ mit seinem Grabstein. Hier unten, das war dann die Abkürzung zurück in die Bude. Irgendwas hatten wir hier unten auch an Geg... ...Gegnern. Also, langweilige Zombies waren hier. Ach, scheiße, wir können den Loot hier auch gar nicht mitnehmen, ne? Unser Inventar ist voll. Ja. Da hätte man auch vorher mal drauf kommen können. Okay, dann räumen wir jetzt einmal kurz das Inventar auf. Oh nein. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Hm. Was machen wir denn jetzt? Ja, da bleibt eigentlich nur weglaufen, ne? Umschießen, weglaufen... ...und aufs Beste hoffen. Hätte auf die Karte gucken sollen. Machen wir jetzt einfach nochmal. Geradeaus, links. Und dann ist alles gut. Okay. Oh. Ja, gut. Das war ja... Oh nein, der liegt da schon so im Flur. Naja, wir können ja eh nichts mitnehmen. Wir müssen ja da durch. Okay. Das war nicht so schlimm wie erwartet. Aber wir haben halt wirklich komplett das Gewehr leer geschossen. Am Ende des Tages hat sich das jetzt nicht allzu sehr gelohnt, muss man leider sagen. Außer, dass wir noch einmal durch die ganze Villa gelatscht sind. Und wir ein schießwütiger Texaner das komplette Gewehr leer geballert haben. Wir haben, glaube ich, in der Truhe noch ein paar Reserve Schuss, aber viel ist das nicht mehr. Das ist ein Problem. Der moderne, von Anglizismen geplagte Mensch sagt auch, das ist ein Struggle. Man muss ja modern und hip bleiben bei seiner Kommunikation. Wir müssen ja alle mitnehmen. Wir können ja nicht nur die Ü30 abholen. Wir müssen alle mit uns taken. Kann so nicht ernsthaft reden. Aber so redet ja auch niemand. Das Kraut kann auf jeden Fall weg. Wir haben die Medaillen. Achso, genau. Munition. Wir haben noch das normale Gewehr. Aber wir haben doch auch noch... Ja. Gewehr Munition. Fantastisch. Hm. Ja, wir laden erstmal durch. Und jetzt ein Blick auf die Karte. Hm. Also ich könnte den... Warum ist denn da eigentlich noch rot? Da war doch gar kein Loot mehr. Oder habe ich was übersehen? Also ich meine den ersten Abschnitt. Das ist ja sehr mysteriös. Äh, auf jeden Fall. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo wir lang sollen. Hey, hier ist alles. Hier ist alles erledigt. Müssen wir nochmal raus? Innenhof. Genau, da gibt es ja auch noch... Stimmt, da gibt es ja noch dieses Vieh, das uns da einmal erwischt hat. In der Residenz ist ja auch eigentlich alles erledigt. Also... Ich habe nicht das Gefühl, dass wir zurück müssen. Ich... Ach Mensch, wir waren eben da. Hätte ich da nochmal dran gedacht. Da der Weg draußen. Neben... Neben Spencers Büro. Vielleicht ist da ja noch was Interessantes. Ja, komm, wir gehen nachgucken. Was soll der Geiz? Das ist... Ich habe... Ich habe es euch am Anfang gesagt. Ihr wusstet genau, worauf ihr euch einlasst. Das wird eine der langatmigen Folgen. Äh, so. Am besten wäre... Ja, komm, wir gehen einfach den gleichen Weg, den wir gekommen sind. Obwohl... Ne, stimmt schon. Achso, der ein... Ah, ne, Moment mal. Wir können ja auch... Okay, alles klar, alles klar. Wir haben ja das Shortcut im Hinterhof, beziehungsweise im Friedhof. Jede gute Villa braucht ihren eigenen Friedhof. Darüber kommen wir schneller zum Büro zurück. Und dann, äh... Ich hoffe einfach, dass wir da irgendwas finden, weil... Ansonsten muss ich mich tatsächlich nochmal ein bisschen informieren, glaube ich, vor der nächsten Folge. Macht nämlich alles den Eindruck von... Von dem Kreis drehen. Aber wir schauen mal. Bleiben optimistisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, was habe ich gesagt? Genau, einmal hier raus. Die Tür... Da sind wir schon lange nicht mehr durchgegangen. Oh nein, da sind wir schon lange nicht mehr durchgegangen. Bitte keine Echse. Okay. Okay. Okay, alles gut gegangen. Huiuiui. So, aber der Gang, durch den wir jetzt gehen, da sind wir auch schon lange nicht mehr durchgegangen. Es ist ganz wichtig, dass man nochmal... Es ist ganz wichtig, dass man nochmal... Überall alle Gegner mitnimmt. So, hier ist nämlich die Lightshow. Aber keine Gegner. Fantastik. Mal gucken wir mal, ne? Ob wir da draußen irgendwas finden. Ich glaube, da sind... Wobei, gute Frage. Was soll denn da draußen sein? Wir haben doch da alles eingesammelt. Aber offensichtlich nicht. Das Spiel liegt nicht. So, was haben wir denn hier? Nix haben wir hier. Oder kann ich den Spaß... Oh! Ja, warte mal. Das Wappen passt genau in die... Ja, das können wir doch in die Box packen, oder? Komm, das ist das Umbrella-Logo. Das können wir oben in die Box packen. Das machen wir. Ja, guck, das können wir nämlich hier auch wieder... Genau deswegen kann man das dann nämlich auch wieder rausnehmen. Ja, ja. Das wollen wir von Anfang an klar. Schön jetzt große Töne spucken, wenn man noch gar nicht weiß, ob es funktioniert. Aber das werden wir jetzt direkt mal überprüfen. Ob das das Rätselslösung für die... Für die Box ist. Äh, hier durch. Aber, ja, weiß ich nicht. Das Wappen, ja, passt. Aber da war ja noch diese runde Aussparung vorne, ne? Da muss ja wahrscheinlich noch was dran. Hm. Fragen über Fragen. Und was macht... Äh, Rebecca eigentlich? Die ist ja zurückgeblieben in der Residenz. Chillt da komplett. So, ich würde sagen, wir packen einfach mal... Das Speicherband, das kommt weg. So, Leute. Oh, bitte funktionier, bitte... Nein. Bitte, bitte, bitte funktionier. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch wieder viel gemacht. Guckt doch mal, Spiel. Da oben. Da, das passt doch perfekt. Ah. Oder müssen wir das hier nochmal auseinandernehmen? Ne, das können wir nicht. Keine besonderen Merkmale? Naja. Also, ich finde, da sieht man schon ein bisschen was. Scheiße. Och, ich war mir so sicher. Prüfen. Schmuckkasten. Irgendein rundes... Irgendeine Kugel. Hä? Wo sollen wir denn jetzt eine Kugel herbekommen? Können wir da nicht einfach... Schneid dir... Schneid dir einen Augapfel raus. Naja, durch vieles hin und her drehen werden wir da auch nicht weiterkommen. Frage ist... Kommen wir denn jetzt da oben durch die... Ne, die Tür ist jetzt nämlich zu, ohne das Emblem. Aber warum kann man es dann rausnehmen? Da muss ich doch was mit sich... Da muss doch was sein. So, unten haben wir natürlich... Moment mal. Ich habe gerade eine ganz schlimme Vermutung. Oh Gott, ich habe eine ganz schlimme Vermutung. Oh, das ist mir unangenehm. Wenn das... Oh nein. Wenn es das ist, dann wird das jetzt aber eine unangenehme... Ganz unangenehme Nummer. Haben wir den Strom für den Aufzug angemacht? Irgendwas habe ich da in meinem Kopf, dass wir irgendwo den Strom angemacht haben für den Aufzug. Sollte das der Fall sein? Oh nein. Könnten wir die ganze Zeit den Aufzug nutzen und ich bödel hier rum. Ähm... Ja, ich glaube, hierdurch ist es am schnellsten. Oh, die Tür hat keinen Griff. Oh, was für ein Ärgernis. Ey, wenn es das jetzt ist, Leute. Ich habe auf jeden Fall... Irgendeine Erinnerung habe ich an Strom. Und irgendwo einen Schalter umgelegt. Da war was. Mir... Bin mir ungefähr so sicher. Beste Folge ever. Erstmal 27 Minuten. Nochmal eine kleine Tour durchs Haus. Willkommen bei MTV Crib. Wir haben halt nicht überall Flatscreens. Dafür haben wir überall Echsenmonster. Und null Progress. Aber vielleicht jetzt. Zum Ende der Folge. Das wäre es noch, ne? Ey, aber dann haben wir was, worauf wir uns freuen können. Wir wollen ja auch nicht, dass das Spiel zu schnell durch ist, ne? Das ist wie die letzte Mission von einem richtig guten Spiel. Die möchtest du nicht abgeben, weil dann weißt du... Es ist vorbei. Das ist... Das ist wie die letzte Folge einer Serie gucken. Dann ist das weg. Und wer füllt... Wer füllt diese Leere? Das kann ja niemand füllen. Man verliert ja immer auch ein bisschen von sich selbst, wenn sowas zu Ende geht. Ähm... So, wo ging denn das zum Aufzug? Hier hinten einfach rum, ne? Bleib schön liegen. Oh, ich kann heulen. Ach, Leute. Ach, Leute. Wir... Also, ich. Ich dödel hier rum. Ach, Gott. Das klang jetzt aber unnötig bedrohlich. Was denn? Keine Fahrstuhlmusik? Schwacher Service. Okay, ich höre auf jeden Fall... Oh. Was denn? Und liegen bleiben. Ja, es war ja klar, dass er nicht liegen bleibt, ne? Oder? Oh. Wer kommt denn von da hinten? Okay, auf jeden Fall sollten wir uns das Shortcut holen. Und das bedeutet... In die Richtung. Hier einmal dran vorbei. Hier ist der andere, den wir über den Haufen geschossen haben. Okay, erst mal Shortcut. Allerwichtigste. Oh. Oh. Oh, wie fantastisch. Ja, her damit. Direkt mal durchladen. Den Spaß. Ist klar. Zwei Patronen reingesteckt. Voll geladen. Und Magnumunition, ne? Oh, geil. Perfekt. Leute. Was ist... Was denn jetzt los? Batterie. Ja, komm, nehmen wir mit. War da noch was? Da ist auch noch was. Oh, Leute. Eine Blendgranate. Das ist, äh, so ein Defensiv-Item, ne? Mhm. Ich hab's nur mitgenommen, ne? Ach da. Boah. Haben wir viele Verteidigungsobjekte. Heilige Makrele. Okay. Wir sind auf jeden Fall wieder gut ausgestattet. Och, Mann. Das... Es tut mir so leid, dass ich da erst jetzt am Ende dran gedacht hab. Haben wir da alles gelootet? Ja. Okay. Und jetzt haben wir uns hier das Shotcut. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Ja, fantastisch. Oh, du Trödelkopp, ey. Das hätten wir auch vorher schaffen können. Naja. So, jetzt müssen wir nur noch... Jetzt müssen wir nur noch hier durch. Dann Treppe runter. Und dann sind wir im Safe-Room, ne? Ne. Wir sind... Doch. Doch, 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 doch. Wir müssen einfach nur noch hier drüben rein. Eieiei. Weil da möchte ich jetzt auf jeden Fall mal abspeichern. Denn wir haben so viele Gegner umgeschossen. Für den Fall, dass wir da nochmal durch müssen, soll sich das wenigstens in der Hinsicht gelohnt haben, dass die Gegner alle tot sind. Denn eventuell müssen wir da ja nochmal lang. Und dann haben wir jetzt quasi schon Vorarbeit geleistet, dass uns die spätere Reise durch die Villa einfach leichter fällt, ne? Ganz wichtig, Vorarbeit leisten. Dann ist alles andere viel, viel leichter zu bewerkstelligen. So, auf jeden Fall erstmal Inventar leerräumen. So, die Medaillen behaupte ich mal, brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich sehe mich schon in der nächsten Folge in dem Raum stehen. Haben sie denn auch die Wolfs- und die Adler-Medaille mitgebracht? Nein, nein, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte mal kurz ein bisschen Zeit zum Looten. So. Sieben Schuss für das Kampfgewehr. Ich behaupte, dass das reicht. Magnum Revolver, Selbstverteidigungswaffe. Ja, ich würde sagen, das ist doch eine ganz vernünftige Ausrüstung, oder? So, dann einmal bitte speichern. Ja, ja, verbände das Farbband. Oh Mann, danach haben wir nur noch eins, ne? Ach, die große Freude hält nie so lange von den... Die Farbbänder halten nicht so lange wie die Freude. Ne, andersrum, die Freude hält nicht so lange. Weil die Farbbänder immer weniger werden. Das ist direkt miteinander verbunden. Das ist Farbbandmenge. Exponentiell lässt exponentiell die Freude wachsen. So, Leute. Und leider Gottes müssen wir jetzt auch hier zum Ende kommen. Aber es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich den Aufzug vergessen habe. Es wird nie wieder vorkommen. Es wird nie wieder vorkommen. Dafür wissen wir aber, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Rein in den Raum. Schauen, was es da gibt. Das heißt, die nächste Folge ist wieder Progress. Und das ist doch etwas, worauf wir uns alle freuen. Also, Leute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, meinem Geschwafel und ein bisschen dem... den Fußgeräuschen von Rick... Chris... Manfred zu lauschen. Schlechtester Abmode ever. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's. Gut. Untertitelung. BR 2018